Ich war selber Prüflin bei der IHK Darmstadt im Einzelhandel und ein Prüfer sagte damals zu mir älterer Herr, sagte, Mensch Jens, willst du nicht auch irgendwann mal Prüfer sein? Das wäre doch auch was für dich, du bist doch so eine Labertasche. Und dem wollte ich es einfach beweisen und ja, jetzt bin ich schon zehn Jahre hier. Ganz ehrlich, das ist einfach eine geile Tätigkeit. Es macht wirklich Spaß, die Leute zu prüfen. Man nimmt ganz viel für sein Leben einfach mit, privat wie geschäftlich. Es sind Freundschaften dadurch entstanden. Also ich kann es wirklich, wirklich nur empfehlen. Was mich halt sehr fasziniert an dieser Prüfertätigkeit ist, dass man ja eigene Erfahrungen in der Prüfung selber gemacht hat, in seiner eigenen Ausbildung. Und nun versuchen wir natürlich die Prüfungsangst, die Prüfungsschwelle auch bei den Prüfungen etwas abzubauen. In meinem Job sehe ich mich als Coach für die Auszubildenden und kann durch die Prüfertätigkeit die Azubis durch die Abschlussprüfung begleiten. Obwohl ich schon seit zwölf Jahren Prüfer bin und gute Kontakt zur IHK habe, ergeben sich fast jedes Jahr neue Fragen. Man kann sich gegenseitig unterstützen und weiter voranbringen. Als Prüfer habe ich die Möglichkeit, andere Ausbilder kennenzulernen über die IHK Prüfungsausschüsse und zu deren Firmen Kontakt aufzunehmen. Man kann sich natürlich erstmal über die Website und so weiter erkundigen. Auf mich zugehen zum Beispiel oder auf die Prüfer selber. Ganz viele Informationen findet man auch bei der IHK Darmstadt. Musik